Taylor Swift, ihr neuer ist ein heißes Model Tom Hiddleston, leider auch der falsche. Die Liste ihrer verflossenen Lofa ist mittlerweile super lang und zählt auch diverse bekannte Namen, wie Sänger John Mayer, 40, oder Twilight-Star Tom Hiddleston, 25. Tom Hiddleston, 36. Es war so ernst zwischen den beiden Stars, dass sie sich bereits ihren Eltern vorstellten. Auch die Fans waren sich einig – Hiddlestwift hält für immer. Doch leider war auch diese Beziehung nur von kurzer Dauer. Aber alleine Däumchen drehen? Nicht mit Taylor. Denn sie hat schon wieder den nächsten Mann an der Angel. Wer ist Dolores Neuer?. Laut der amerikanischen Intuch datet sie schon seit mehreren Monaten den britischen Schauspieler Yal Wyn, 26. Sie soll ihn auch schon mehrere Male in seiner Heimat London besucht haben. Doch alles noch top secret. Ein Insider verrät. Doch wer ist ihr neuer Freund? Er hat bereits in mehreren Filmen mitgespielt, unter anderem an der Seite von Kristen Stewart, 27 und Wyn Diesel, 50. Aktuell arbeitet er mit Oshka-Preisträgerin Emma Stone, 28, an dem Filmte Favorite. Aber nicht nur Schauspielern kann Taylor Osneuer, denn er ist auch Model. Für die Frühlingskampagne von Prada stand der 26-Jährige vor der Kamera und macht im feinen Designer-Zwinn eine Megafigur. Er meint es ernst mit ihr. Doch nicht nur Taylor ist total verknallt, wie der Insider berichtet, auch Yal soll es total erwischt haben. Aber da Yal sein Privatleben so gut es geht aus der Öffentlichkeit raushalten will und auch da Yal Meisterin im Verheimlichen von Beziehungen ist, werden wir wohl noch einige Zeit auf die ersten süßen Kupple-Bilder der beiden warten müssen. Lieke Ock! Bei Facebook und verpasse keine Star News! Auf Wiedersehen!